Hier, wie sollen wir das überhaupt machen? Locker und lustig oder hart und streng? Ruf mich an. Hat jemand Bock heute Abend? Ich hab... Nein, Gott, nein! Der kleinere Mann kann in Zukunft sagen, nein, Schatz, hab ich nicht vergessen, ich hab's mir erst gar nicht gemerkt. Weil, weil, ja, weil, nein, 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 weil, das kostet zu viel Zeit hier, weg mit dem Applaus, kostet viel zu viel Zeit, weil, wenn wir uns was merken, können wir es nicht mehr vergessen. Was ist das beste Getränk fürs Gehirn? Das ist echt wichtig. Brotwein, super. Interessiert sich die Menge? Also, ja genau, aufstehen. So, wer lernt Spanisch aufstehen jetzt hier? Mann! Ja, sie steht schon mal auf, das ist sehr schön. Wunder, ist ja unglaublich hier. So, ruhig jetzt. Geht schon was? Also, italienisch meine ich jetzt. Ne? 200 Vokables en una hora. Si, muy bien, claro que si, amigo. Mann! Aber, dann müssen Sie Talent dafür haben. Also, hier, also hier im Saale, also hier glaube ich, Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich hier so umblicke, dann habe ich, äh, also ein gutes Gefühl. Äh, wie die Schwaben schwimmen, wissen Sie auch, oder? Sie schwimmen alle so, der Schwabe schwimmt so. Das ist nur ein Witz, das stimmt nicht! Liebe Leute, es ist grottenfalsch, ja? Aber, mir gefällt eure Art zu denken. Hier geht aber auch was. Die 5, was machen wir bei der 6? Vorsicht! Habe ich gesagt, guter Mann, wir müssen diesen Vortrag nicht mit derselben Anzahl Teilnehmer beenden, wie wir begonnen haben! So, jetzt aber genug, äh, 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 tschüss! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Vielen Dank.